Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge League of Legends Case Opening Und zwar wie ihr seht, wir haben heute 20 Boxen und wir wollen hier ein paar geile Skins haben, bekommen Äh, bekommen und vielleicht auch einlösen, die wir haben Und ich brauche jetzt endlich mal diesen blöden dritten Meisterschafts-Schen Mann, das regt mich auf Fangen wir mal an, 1. Kiste und Champions spielt da Fängt gut an Das fängt gut an Jetzt weitermachen, 2. Kiste Der ist doch nicht schlecht Der Skin ist eigentlich einer der coolsten von Six Das ist doch nicht schlecht Nicht schlecht Und kann, oh, halt doch auf mit Champions Ich brauche doch keine Champions Ich brauche hier Skins, Skins brauche ich Dann Okay Der ist auch nicht schlecht aus Das bessere für Den lieben Twitch Öffnet sie So Den habe ich schon Der ist natürlich nicht schlecht Das sieht so geil aus Den habe ich aber schon Das ist schon mal nicht schlecht Oh Schon wieder Man, hört doch auf Mir die ganze Champions Blüter zu geben Das bringt mir doch überhaupt nichts Sagen wir mal 10 hintereinander Samson white ranger Samson white ranger Nicht schlecht Ah Dunkelreiter situani Geil Zombie rice Hammer Hammer Ja gut Okay Barbar 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 Ich bin zu gut 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 Denzen bringen Das ist nicht schlecht Schwarz Ja gut Ich habe geisterrichte Uli also brauche ich Den schwarzgurt Uli nicht Wie ihr seht Wie hauen die Dinger heute raus Grillmeister Leona Geil Die Skins finde ich richtig witzig Imperial Lux Okay Okay Den kannte ich jetzt nicht Nice Nice Oh Ultimative Oh Geil Lux Oh Geil Oh Das ist Oh Geil Ich brauche keine Edelsteine Ich brauche keine Edelsteine Geweckt Geweckt Boy auch nicht Ich habe noch vier Kisten übrig Geil Oh Das war Das war jetzt mal geil Wir haben jetzt noch vier Kisten übrig Wir hauen heute raus Das geht alles Ratzfatz Oh schon wieder Oh Ich will doch keinen Champion Was brauche ich einen Champion Das ist eigentlich auch nicht so schlecht aus Vor allem die Zähne hier Geil Noch zwei Kisten Nice und epischer Skin Und für Sintra habe ich Doch für Sintra habe ich schon einen Skin Aber die Schneetag Skins sind eigentlich Die sind richtig geil So Jetzt kommen wir zur letzten Kiste Letzten Kiste für heute Mafia Jinx Ich glaube ich habe schon Feuer Werk Jinx Ich weiß es gar nicht Aber ist auf jeden Fall cool So Dann fangen wir mal mit den unbeliebten Sachen an So geht es Was bekomme ich Ich habe eh alles Gems Yay So Entzaubern Und entzaubern Ja 10.000 blaue Essenzen Yay Yippie Ich brauche doch nur eine Marke So Jetzt gucken wir Den habe ich sogar schon Gut anwandeln Wer denn um Ne Wir machen das anders Wir machen das anders Wir machen das anders Wir machen das anders Wir machen das so Wir machen das anders Wir machen das anders Wir machen das anders Wir machen das anders Wir haben das anderes Den Haben wir das Wir nehmen wir den 2 Zaubern Den habe ich nicht Den habe ich auch nicht Den habe ich auch nicht Oh Oh Diese Ah, also dann würde ich mal sagen, die Skins, die ich nicht will, beziehungsweise brauche, wandeln wir mal um. Den Lux brauche ich nicht, den Six brauche ich nicht und den Udiabold. Ich bin doch blöd, den brauche ich nicht. Jetzt hoffen wir, dass was Gutes... Ja, 100 Essenzen, schön. Ja, von mir aus, der ist eigentlich nicht so geil. Wie viel kostet es denn? 2,9 kostet der, wenn ich den aktiviere. Ich will den unbedingt, dass den brauche ich nicht, dass ich das korrekt mache. Den kann man auch umwandeln, spoilern. Jetzt kann ich die aktivieren. Na, äh, wirklich? Ich brauche, ich brauche 2.950, ich habe 2.242. Really? Really? Welchen nehme ich denn jetzt noch nicht? Welchen Skin mache ich jetzt noch? Yes, ich mache, glaube ich, noch die Mafia-Jigs weg. So, dann. So. Geil. Und wir haben Lux, der Elemente. Ein Ultima... Der zweite ultimative Skin. Geil. Permanent freischalten. Geil. Geil, geil, geil. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Jetzt will ich noch gucken. Ja, die Lina kann man wegmachen. Die ist nicht so doll. Den Zix. Hm. Hm. Den Zix. Also die Sivir würde ich gerne... Die würde ich gerne... Ah, ich würde eigentlich hier von den viele haben. Vor allem den Schneetaggner, den finde ich voll geil. Finde ich voll geil. Ich finde eigentlich alle von... Also die Kinder, die Kinder brauche ich nicht. Denkt damit. Denkt damit. Denkt damit. Ähm. Jetzt muss ich aber mal ganz gut. Jetzt muss ich aber mal gucken. Ähm. Profil. Ich muss eine Sammlung geben. Yes, es ist. Ich brauche Reis. Ich gucke können. Ich möchte schon Skin dafür. Oh ja, oh, okay. Ich habe den. Das ist... Aber Zombie Reis ist schon. Oh ja, gut. Für Zix habe ich glaube ich noch keinen. Für Zix habe ich glaube ich keinen. Da habe ich glaube ich keinen Skin. Oder? Ne. Da müssen wir hin. Das heißt, wir aktivieren noch den da. Und habe noch den Schneetag. Zix. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, würde ich sagen. Gut, dann haben wir für... Also für diese Episode haben wir wieder richtig geilen Scheiß bekommen. Ja, jetzt gucken wir mal. Bisherige Einkäufe. Wir haben... Ja, gut. Okay, wir haben... Äh... Das Herzplatz-Symbol bekommen. Woh? Woh? Wir haben einen leeren Nocturum bekommen. Ne. Auch nicht geil. Wir haben aber Lux der Elemente bekommen. Absolut. Geiler Skin. Und natürlich Schneetag. Zix. Boah. Geil. Also die... Allein der... Hat sich schon gelohnt. Allein der Skin hat sich schon gelohnt. Dann würde ich sagen... Danke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ciao. Bis zum nächsten Mal.